Drei, zwei, eins und let's go! Yellow! Und oh, hey Freunde! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und drängst dann eben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und ihr seht es, Freunde. Vitamine und ich sind hier heute in einem Skatepark. Yippie, wieder sind wir hier. Oh yeah, wir waren ja schon letztes Mal in diesem Skatepark. Aber Vitamine, was gibt es heute Neues? Das ist auch schwer zu übersehen. Die Riesenrampe. Wow, die Riesenrampe, Freunde. Oh yeah. Vitamine und ich sind ja letztens ja auch ein bisschen rumgefahren mit den Skateboardern. Aber da gab es diese 10.000 Meter Rampe noch gar nicht. Und die werden wir heute... Millionenfriff, Milliarden Meter! Oh yeah. Und die werden wir heute zusammen ausprobieren. Aber erstmal müssen wir uns ja auch ein bisschen warm fahren, weil die ist wirklich super gefährlich. Yippie! Oh yeah. Und ich werde nicht danach im Rollstuhl liegen. Oh yeah. Das war wirklich ganz und gar nicht gut, Vitamine. Yippie! Und deswegen fahren wir erstmal normal. Aber wir haben ja gar keine normalen Skateboarder. Wir haben direkt die super schnellen Skateboards. Wow! Und eigentlich kann ich damit doch nicht so richtig umgehen. Oh yeah. Deswegen erstmal hier leicht übeln. Und wenn wir genug geübt haben, dann probieren wir die Riesenrampe aus, Freunde. Oh yeah. Darum freue ich mich schon super, super sehr. Aber sei mal ehrlich. Hast du nicht ein bisschen Angst? Oh yeah. Ich habe mega Angst. Weißt du, wie hoch das ist? Oh yeah. Das ist wirklich super, super hoch. Aber wir müssen es einmal ausprobieren. Probieren geht über Studieren. Ja, aber ich habe echt Angst, Handy. Los geht's! Yippie! Aber wir schaffen das schon. So, Freunde. Zack. Ich muss mich jetzt erstmal hier ein bisschen aufwärmen. Wir machen jetzt so coole Stunts. Okay? Warte. Wir fahren mal hier drauf und dann drehen wir uns gleich in der Luft. Das wird super, super cool. So, zack, zack, zack. Sehr, sehr gut. Oh yeah, Vitamine. Oh, und langsame Drehung. Yippie! Oh, Mann, oh Mann, ist das cool. Gleich ist es soweit, Vitamine. Bist du bereit, gleich auf die Riesenrampe zu gehen? Yippie! Ey, na klar. Das wird doch kein Problem. Oh yeah. Da bin ich mal super gespannt über die Rampe fahren. Zack. Oh yeah, Freunde. Macht das Spaß hier im Skatepark. Yippie, yeah. Und schreib mal genau jetzt und in die Kommentare. Sollen Vitamine und ich wirklich auf diese Riesenrampe drauf gehen? Ja oder nein? Und wenn du unbedingt willst, dass wir beide auf die Riesenrampe drauf gehen, dann lass dem Video genau jetzt einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr Lust habt, dann werden wir jetzt auf die Riesenrampe gehen. Bist du bereit, Vitamine? Riesenrampe! Oh yeah, da hast du recht. Und schau dir das mal an. Sollen wir jetzt wirklich nach oben gehen? Äh, ich glaube schon, aber das ist mega hoch, ey. Hey, aber hast du wirklich Angst? Nein, natürlich nicht. Aber vorher muss ich nochmal kurz mein Skateboard abkühlen. Nein, das geht doch kaputt, ey. Nein, du musst das abkühlen hier im Wasser. Ich brauche das nicht abkühlen. Ich habe ja nicht gepupst, so wie du. Doch, jetzt wird das mega heiß oben. Ach, wir schaffen das schon so. Komm, los geht's. Okay, los geht's. Nach oben fahren. Oh yeah, schaut euch das mal an. Jetzt geht es ab nach oben. Let's go. Wow. Wow. Wow, ich bin hier fast rausgefahren, ey. Das ist schon beim Hochfahren super, super gefährlich. Yippie, yeah. Aber wir sind angekommen. Oh yeah. Ja, das ist ganz schön komisch hier oben und ganz schön hoch. Oh nein, dein Skateboard fliegt weg. Hey, Moment mal. Ich kann ja auch hier lang fliegen. Sehr, sehr cool. Und wir haben ja auch so Glitzerfunk. Das bedeutet, dass die ultra schnell sind. Und ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir hätten es erstmal mit den langsamen Skateboarden versuchen sollen. Oh yeah, Cindy, guck mal nach unten. Das ist so... Oh, ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Höhenangst. Hey, was schreist du so rum? Guck mal, wie hoch das ist. Da fang ich niemals runter. Oh doch, komm, gib dir einen Ruck, Vitamine. Ich steige auf mein Skateboard ein und... Einatmen und ausatmen, Vitamine. Stell dich neben mich und dann können wir sofort loslegen. Oh. Hey, dich runterplumpsen. Okay, bist du bereit? Oh yeah. Dann drei, zwei, eins und... Let's go! Was ist denn hier passiert? Ich war einfach so schnell, dass ich nicht mal die Rampe berührt habe. Wie verrückt ist das denn? Ich bin aber jetzt wieder oben. Oh mein, das hat so Spaß gemacht. Aber ich glaube, die Boards sind einfach so schnell. Man fährt gar nicht auf die Rampe, sondern man fliegt einfach. Ich bin auch wieder oben. Und einmal würde ich gerne nochmal runterfahren. Das machen wir auf jeden Fall. Okay, Freunde, das hat einfach so viel Spaß gemacht. Das hätte ich gar nicht gedacht. Stell dich an die Startposition, kleine Orange. Los geht's, Käpt'n Eierkopf. Oh yeah, dann würde ich sagen, alle anstrahlen, Freunde. Und dann geht es bei drei los. Eins, zwei und drei. Oh, Mann. Tenti, ich war bei sieben und nicht bei drei. Achso, du kannst ja noch nicht zählen. Oh Mann. Oh ja, und jetzt hast du schon verloren, weil du bist viel eher als ich losgefahren. Hey, du traust dich nur nicht. Komm jetzt auch. Oh, okay. Das ist ganz schön hoch. Ich trau mich wirklich nicht. Komm, du schaffst es. Ich fahre mit dir mit. Hör nicht auf mich, ey. Bist du verrückt geworden? Hilfe. Hey. Wow. Alles gut. Du hast überlebt. Wow. Wie schnell war das denn? Ich habe richtig Herzgasper gekriegt. Das habe ich gesehen, ey. Oh, Mann. Aber ich würde sagen, dass wir hier die ultraschnellen Boards. Wollen wir erstmal ein bisschen langsames Board nehmen. Moment mal. Wie rum machen wir denn das? Erst die schnellen und dann die langsamen? Das macht ja gar keinen Sinn, Tenti. Ja, aber ich wusste nicht, dass man mit den Schnellen nicht mehr auf der Rampe fährt, sondern man fliegt einfach. Das ist so verrückt, ey. Okay. Na gut, dann komme ich nochmal hochgefahren und... Oh, die ist so hoch. Ich will eigentlich gar nicht runter. Wir schaffen das. Jetzt haben wir ein bisschen langsamere Boards, aber die sind auch super schnell. Oh, yeah. Oh, yeah. Dann würde ich sagen, bist du bereit? Oh, yeah. Ich bin bereit und warte auf dein Startsignal. Jetzt zähle ich Vitamin und bei drei fahren wir jetzt gleichzeitig runter. Ei, ei, Captain. Okay. Eins, zwei und drei. Los geht's. Yippie. Jetzt fahren wir auch endlich hier drauf. Oh, yeah. Yippie. You wanted McDonald's. Hey, hier ist kein McDonald's. Oh, Mann, aber... Aber mit diesen Skateboards sind wir wirklich auf der Rampe drauf gefahren und nicht einfach drüber geflogen. Oh, yeah. Das war mega witzig. Ey, muss ich mal sagen. Ich glaube, sowas sollten wir in unserer Stadt bauen, so ein Skatepark. Ja, sollen wir es wirklich mal in unserer Stadt bauen, Freunde? Ja, bitte, bitte, bitte. Schreibt es auch mal gerne unten in die Kommentare. Oh, yeah. Aber ich muss sagen, mit diesen normalen Skateboards hat ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil bei den anderen habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Ey. Genau. Die anderen, die waren viel zu schnell. Genau. Man ist einfach nicht mal auf der Rampe gefahren. Okay. Aber ich würde sagen, komm, Vitamine, wir fahren noch einmal mit dem normalen Boot. Oh, yeah. Oh, yeah. Einmal ist keinmal. Ha. Da hast du recht. Aber ich habe noch nie so richtig hier die Aussicht genossen. Schau dir das mal an. Wir sind echt so hoch. Moment mal. Ich bleib stecken hier. Hey, komm hoch, Vitamine. Los, du schaffst das. Ich stecke hier fest, ey. Warte, das kann doch nicht sein. Was ist denn mit dir los? So. Oh, ey. Wow, 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 wow. Was ist denn jetzt los? Oh, Vitamine. Tut mir leid, Samty. Oh, man. Oh, man. Das ist ja so, so verrückt, ey. Okay. Dann würde ich noch mal ein letztes Mal sagen. Ein letztes Mal anschnallen. Ein letztes Mal die Zähne zusammenkneifen. Und ein letztes Mal runterfahren. Den Po zu kneifen. Äh. Genau. Und dann würde ich sagen, bist du bereit? Oh, ja. Ich warte wieder auf dein Startsignal, Herr Käpt'n. Zähle ich mich hier runter, Freunde. Bei drei geht es los. Eins. Zwei. Und drei. Let's go. Let's go. Wow, ist das cool. Das macht viel, viel Spaß. Das macht so, so viel Spaß, ey. Und ich finde, der normale Skatepark hat schon richtig viel Spaß gemacht. Aber mit dieser Rampe ist das nochmal viel, viel cooler. Das stimmt. Tausend Mal cooler jetzt. Oh, yeah. Und dann würde ich sagen, Freunde. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex-Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.